Die Bosse sind doch alle gebufft, die Bosse, in Bosswatch. Ja, aber ihr fucking Balken geht halt über. Gehe ich halt auch in Rage. Alter, wenn ich Rage dann mach, deckt ihr komplette Bildschirke. Nein, sie hat mich die Tür angegriffen noch. Oh. Rough Kick, Alter. Wir machen hier einfach kein Damage. Damage machen wir schon, nur das Ding hat halt Leben, ne? Ja. 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 Dann hat's halt gut Auer gemacht. ich habe ein anderes problem actually meine bach war es zu klein wenn ich an den an mache flackern meine box weil ich zu viel wir haben es gleich da schon fliegt nicht so schnell natürlich in mir ja 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 170.000 dbs jetzt auch noch rage eigentlich müsste ich auch sparen sollen für rage oh kingsline ja pass auf der ist ein bisschen big was ist bei dem passiert oh nein er spawnt in mir gerade als ich den hatte wir müssten eigentlich viel mehr um rage adrenalin rum spielen dann sind auch alle bosse viel einfacher also wann geht das jam von dem von dem so ab das ding schießt die ganze zeit 3er projektile ich sterbe ja gleich ja baby aufstellt ich bin gleich tot es ist so schnell oh mein gott und jetzt ist er auf kofu was wir trüben ich werde es schon richtig heißen wenn er in den inrage Mod kommt oh gott er fängt jetzt schon mit dem inrage Mod an auch Aua Holy shit, Alter I'm gonna die Oh, I'm gonna die Okay Oh, I probably lost Good time Oh, no oh mein gott ist er schnell jetzt wollte ich ihn sehr schnell rücken ich hab rage adrenalin ok der ist es auch cool sehr gut alle johlen ich hoffe er hat nicht irgendwelche specials obwohl ein laser angriff siehst du seinen kopf ne da ist sein körper ist sein kopf schon tot ne sein kopf ist irgendwo oben aber ich sehe ihn nicht kopf 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 Okay, aber noch nie. Boah, ich habe eindeut gestorben, ey. Na. Na. Das war bad. Das war gut. Oh, ja, aber das ist halt so gut von hier. Oh, das ist wieder bad. Glaubst du, wie oft wäre Isam schon gestorben? Ja, genug. Na weg von mir! Alter, Bruder, wie schnell bist du? Alter, Bruder, wie schnell bist du? Oh, no. Ich bin tot. Alter, what the fuck, was ist das für ein Antrag? Ich bin tot. Jesus, Alter. Okay, hab. Oh Gott, ich hoffe, ich wollte. Alles leckt. Ja. 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 ich habe einen da hinten reingemacht alter leckt das ich glaube weil er so lang einfach ist dass das einfach nur so eine zwischen zwischen dingen gefühlt kleine pause sind aufladen für den nächsten boss mit anderen weniger ich habe mit anderen liegen noch nicht mal so viel schaden gemacht schützern chill wie fast dort der ruft noch oh shit baby Was ist da? Links. Au! Uiuiuiuiuiui! Oh, wieder links. Ich hab mit Rage Adrenalin draufgekommen. Was war mit Adrenalin? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, what am I doing? Oh, ich bin tot. Oh, das ist spaßig. Versuch einfach wegzufliegen. Elf. Zehn. Fünf. Warte. Geht wieder da. Dann hab ich wieder volle Breitseite bekommen. Same. Au. Ich bin Rage aufladen. Natürlich. Ich lass mich ja extra hinten. Warum ist Astro Aureos so fucking tanky? Nein. Die Kornas. Ich bin auf. Oh, ich bin auf. Die Kornas. Oh, ich bin auf. Jetzt werden wir halt Adrenalin drauf gehauen und trotzdem einfach Null Schaden. Und jetzt krieg ich Vollbreitseite wieder von dem. Aua. Okay, leider mein ich. Okay, doch. Warum ist gleich? Bro, Alter, was springt der mich an? Lass den meine Mauss schon wieder nicht schneißen. Warum ist er unsichtbar? Der soll mal wieder sichtbar werden, der Typ. Ich hab keine Ahnung. Ah, du. Der in der Mitte. Okay. Bro? Destroyer. Ah, wo wir grad von Gegnern mit vielen Leben reden. Oh Baby, ich bin auch so sehr in den reingerannt. Ich hab grad mit den ganzen Drohnen zu kämpfen. Sam. Oh, die shit sind das wieder. Oh no. Der Destroyer hat mich gekillt. Der Destroyer hat mich gekillt. Oh. 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 Wait, wie viele Drohnen der hat? Holy shit. Ja, das ist ein Sinn. Ganz knapp seinen Mund im Wischen. Oh, die shit sind das wieder drohen. Oh. Oh. Oh, die shit sind das wieder drohen. Oh. Das wird schlimm. Oh. Bro? Natürlich. Ich fokuste mich. Oh. Oh. Nein. Nein, ich fokuste mich nach. Jetzt geh' ich dann auch auf dich. Jetzt ging ich, glaub ich, frei auf dich. Ich fokuste mich. Anscheinend. Ja, in der Südkrank. Kann ich auch. Hmm, kann ich auch. Ich fokste mich. Nee, das war eine Südkrank. Ja, auch das war ganz knapp. Ja, was war die Südkrank. Okay, nice job, wenn ich einen Alonim bekomme. Die sind gar nicht so schlimm gewesen, wie ich dachte. Hey, 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 hey. Ich weiß mehr, wie viel Aufsicht aufbauen. Der könnte schwer werden, weil er nicht arschschnell ist. Seine Homing Missals. Oh, ja, 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 ja. Er kennt es nicht, die guten. Ich bin da tot. Das ist nicht gut. 20 5 Ups Auschwitz-Laser kommt jetzt auf Baby-Pollies? Ja, das wurde schon die ganze Zeit Ich merke die gar nicht Aua Dead Okay Wir haben erst 28% Die NPCs könnten uns echt mal aushelfen Shit Nein, meine Dodo-Lin Meine Dodo-Lin Ich bin tot 25 Sieht nicht gut für mich aus 5 Alter Baby, das ist ein Krimi hier Der Dragon Foley ist aber auch arschschwer Mit seinem Movement Speed 2 3 Un 2 1 2 2 3 3 Au, au, ich bin aber auch gerade echt bad im Ausweichen. Das ist nicht gut. Wir haben nicht sehr viel Leben. Sam? Ich bin tot. Ich auch. Oh, nice try.